Der etwas andere Dokumentarfilm über eine Universitätsklinik, die aufgrund ihres hervorragenden medizinischen Personals einen besonderen Ruf weit über Nordrhein-Westfalen hinaus genießt. Ich zeige ihnen Bilder, die ich nicht kommentiere. Diejenigen, die sich hoffnungsvoll in die Klinik zur Behandlung begaben, konnten sich danach ein Urteil bilden. Ein Urteil, das ganz sicher überwiegend positiv ausfiel. Sicher gibt es den einen oder anderen Patienten, dessen Hoffnung auf einen guten Behandlungserfolg sich nicht ganz erfüllte. Es dürfte sich dabei aber nur um einige wenige Fälle handeln. Aufgrund meiner persönlichen noch laufenden Erfahrung halte ich es mit dem bekannten Ausspruch, die Hoffnung stirbt zuletzt. So, nun nehmen Sie sich einfach zurück und betrachten meine ins Bild gesetzten Beobachtungen. Insider wird das eine oder andere bekannt vorkommen. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020